Das war ein Kult-Hit, das war nicht von Gaston, sondern von Vor-Geston, von den Dale Vikings. Eine tolle Band. Aber wir sind hier auf der Bühne von Radio Brocken, da sind wir natürlich angehalten, auch Titel zu spielen, die sich im Programm von Radio Brocken finden. Deswegen haben wir extra zu diesem Anlass ein paar Songs rausgesucht, die wir für euch a cappella bringen werden. Ein bisschen moderner angehaucht, da geht das a cappella ganz anders. Ich mache es kurz vor. Achtung! Achtung! Ich überlege halt, ob ich vielleicht nicht doch lieber, ob ein Fakt geblieben wäre, ganz schön heiß zu finden. Also wir werden jetzt, wie gesagt, ein paar Songs für euch zum Besten geben, mit eurer Unterstützung. Das bedeutet, wenn ihr den Song erkennt, in dem Moment reißt ihr die Arme nach oben, ihr singt mit. Ja, das ist ganz wichtig. Wir probieren das mal ganz kurz. Nehmen wir mal an, ihr wolltet das erkennen. Marmor, Stein und Feinbrich funktioniert, aber den machen wir nicht. Wir machen ganz andere Songs. Auf jeden Fall, das Prinzip ist klar, deswegen fragen wir euch jetzt, seid ihr bereit? Wir machen ganz andere Songs. Wir machen ganz andere Songs.